Hallo und herzlich willkommen zurück zu Parallelworld. Ich habe es auf Anni richtig gesagt. Juhu, ich kriege Kekse. Wir wollen, bevor wir jetzt losgehen, starten, wie auch immer, müssen wir die Werkbank machen. Ich glaube, ich habe die doch noch nicht freigeschaltet. Warte mal, was war denn das? Waffenwerkbank. Ja. Also ich kann sie machen, wenn wir genug Nägel jetzt haben. Hat er Waffenwerkbank. Zack. Ah, nein. Shit. Das ist jetzt schon wieder. Ich hätte, ja jetzt habe ich einen Punkt zu wenig. Ich hätte den Punkt übernehmen sollen für die goldenen Kugeln hier. Ja, die habe ich ja auch. Die Megasphäre, die kann ich auch machen. Aber die können wir eh nicht. Doch. Also zwei habe ich hier noch rausgeholt. Die haben nämlich nichts gemacht hier. Hast du denn genug, dass du die bauen kannst? Ich mache mal vier. Achso. Also soll ich jetzt die Bank bauen? Oder was willst du jetzt von mir? Ja, da ist doch noch Platz zwischen den Kisten und dem Feuer, ne? Ja. Das wäre komplett auf deiner Seite. Ich brauche keine Nägel. Ich brauche Nägel. Warte. Achso, hast du auch schon genommen. Kannst du einfach so wegnehmen, während ich hier am Arbeiten bin, oder was? Tja. Stehe ich hier so als mittelalterlicher Sklave, so halbnackt eingekleidet, stehe ich hier und bin dann im Schweiße meines Angesichts die Nägel anmachen? Und dann kommt der alte Sack da hinten einfach und klopft ihm hier. Ja, dann machst du endlich mal was Bescheides. Boah. Ja, das ist ja ganz toll zwischen den Kisten und der Feuerstelle. Das ging nicht. Erpasste es nicht. Hast du super hingekriegt, Schatz. Ja, dann hätte man die aber nicht dahin stellen sollen, wo die jetzt stört, sondern dann woanders. Die stört nicht. Hm. Und dann kann ich wieder das Ding nicht anvisieren, ich weiß. Nimm dein Ei da jetzt raus. So, Tassel, Tassel jetzt. Achso, ist das fertig? Nee. Nein. Immer noch 11 Minuten. Ah. So, hier sind gleich auch nochmal 14 drin. Ich habe das ja als Einzige, bin ich ja hier am Arbeiten, habe ich das mal fertiggestellt. Wieso? Hä? Achso. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade dafür gesorgt, durch das Arbeiten, dass wir eine Lagerstufe höher gekommen sind. Vielen Dank dafür. Ähm, achso, die paar Flauschbetten. Wobei, da brauchst du nicht so viel für. Da brauchst du nur Stoff, glaube ich, und noch was, ne? Ich wollte mal einen hier reinsetzen. Mal gucken, was der macht. Nicht erschrecken. Oh ja, den habe ich privat auch gefangen. Der war echt eine Sauerei, bis du den gefangen hast. Der hält nämlich viel aus, ne? Den habe ich freigelassen aus dem Dings. Deshalb kann ich jetzt nicht beurteilen, dass du Sauerei war. Achso. Äh, ja. Thema. Den habe ich freigelassen aus dem Gitter. Aua. Na, du doch nicht. So, dich wollte ich freimachen, damit der ein bisschen levelt noch nebenbei, während wir schon mal hier sind. Weil der ist immer noch drei Level unter den anderen. Der soll natürlich noch ein bisschen höher steigen nach Möglichkeit. Was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Wenn du ein Pal bei dir drin hast, ein Team, was kleiner ist als die anderen, dann kriegt der immer so einen Level-Bonus irgendwie. Achso, ich bin fertig. Sag das doch. So, können wir jetzt endlich? Ich will mal gucken, was da in dem Dungeon drin ist. So, Jörg ist auch ready morgen. Also, der kann auch. Das ist ganz toll. Macht der mit bei Pal, wollt? Hm? Ah, ich bote schon mal hin. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Moment, hier. Ich weiß gar nicht, wo du hin willst, aber ich bote mit. Wieso kriege ich denn da keine Meldung von? Hm. So, ich hoffe, dass der jetzt nicht weg ist. Da stand nämlich drin, dass der, was habe ich gesagt, 200 noch was stunden. Wo ist denn der Kerl jetzt schon wieder? Ich weiß nicht, wo du dich rumtreibst, was du wieder vorhast. Nee, wo du dich rumtreibst. Ah, hier. Hallo. Ja, ich bin da. So, dann gehst du drei Meter in diese Richtung und dann ist hier ein Dungeon. Huch. Ich gehe rein. Ja, hoch. Aber meine Spitzsacke ist kaputt. Oh, nein, nein. Irgendwann, dann packe ich den mit der einen Seite von der Hand und mit der anderen Seite schüttel ich den so richtig durch. Oh, das war gar nicht der, den ich haben wollte. Aber der ist hier schön am hell machen. Das ist gut. Boah, war meiner das jetzt gerade? Nein. Der den mit einem Schuss hier platt gemacht hat? Meiner ist Level 18, mein kleiner. Ja, eigentlich wollte ich den kleinen noch mitnehmen. Ich habe mich vertan. Aber der ist auch cool hier. Haben wir hier irgendwas? Genau. Geh mal in die Ecken, damit ich gucken kann. Weißt du, woran der mich erinnert? So ein bisschen an den Stier von das letzte Einhorn. Sieht hier aus wie ein Bossfight. Hast du gehört? Ja, nein. So ein bisschen an den Stier vom letzten Einhorn. Ja, lass uns erst mal rechts rum gehen. Wir machen das doch immer so im Kreis drin. Warum machst du denn... Oh, da ist ein Mau. Warte mal, ich mache den mal weg. Denk dran, nicht den Bogen benutzen. Warum nicht? Ja, weil du die dann direkt kaputt hast. Und die geben Gold. Denk dran. Level 6. Oder hinten sind Wilderer. Oh, oh. Ich versuche die Wilderer auf mich zu locken hier. Die laufen mir hier nur im Kreis rum. Ja, kein Thema. Wenn ihr so verbuggt seid, dann nehme ich das natürlich gerne an. Das hat er, glaube ich, den anderen gehauen oder so. Ich bin mir nicht sicher. Hier ist noch ein Mau hier in der Ecke. Ich nehme den Wilderer. Ich wollte den Wilderer nehmen. Da. So, kann der die wenigstens nicht klauen. So. Hast du davon schon einen eben geholt? Ja. Schmeißt der einfach die ganzen Leichen hier in der Gegend rum? Das ist mein erster Mau Mau. Der erster Mau Mau. Ja. Dann ist ein bisschen heller. Der hat ja eine unheimliche Kraft zum Leuchten. Das ist heftig. Übrigens, der Blitz hier, der leuchtet auch ein bisschen. Habe ich festgestellt. Warte mal, hier rechts kamen wir da. Nee, der kam hier ja. Da müssen wir hin. Ja, aber da kamen wir hier. Ja, ja. Und dann können wir eins nach rechts und geradeaus können wir da noch hin. Und backst du so komisch hin. Uh. Aus dem packe ich keinen Kuchen oder so. Na, bin ich mir nicht so sicher. Ich schätze mal, ich muss dich leider reinholen, wenn ich Palze sehe. Ach so, hier konnten wir noch nach links. Warte mal. Ganz rechts und links ist wahrscheinlich die Kiste. Das kannst du. Jetzt küsst du. Doch nicht. Du kannst nur geradeaus durch das Wasser. Okay, hier sind Wilderer. Ich sehe im Moment keine. Ja. Och, dass die mal wegrollen müssen, die Blöden. Och. Das warst du. Da hinten, Schätzelein. Das sind ganz viele. Schnappse dir. Ja. Hast du gesehen, wie der da. Ja. Wie der da durchgeht. Oh, das sieht ja geil aus. Hallo. Schätzchen, das bin ich, wo du gerade gegenfeuerst. Danke. Gut, dass ich meine hitzeresistente Rüstung anhat. Nämlich stinkt gar nicht. Ich habe meine Kälte-Rüstung an. Aber egal. Ich wollte gerade sagen, meine Erkältungsrüstung. Ja, gehen wir jetzt nicht hier. Gehen wir nicht zurück. Hier geht es weiter, oder? Mhm. Den Weg kenne ich aber nicht, oder? Finde ich ganz. Ja, die sind ja auch random generell. Ach so, sind die nicht immer gleich? Nein, sind nicht gleich. Ach so. Teilweise sind sie nur gleich. Das heißt, hier könnte tatsächlich ein Boss dran sein. Ja, der ist ja auch hier drin. Aber den sieht man nicht unbedingt halt. Es kann auch sein, dass man warten muss, bis er kommt. Oh, hier ist Schwefel. Wow, das sollte man mitnehmen. Hallo, ich wüsste hier hoch. Ich habe übrigens jetzt ein sehr... Alter, das ist Erz. Toll. Sag das doch. Wehfel, nicht Erz. Nein, das ist Erz, was ich hier gerade am abbauen war. Ja, das weiß ich doch nicht, wenn du das nicht lesen kannst, was du da machst. Warte mal hier. Hallo? Geht es noch da hinten? Rechts von uns ist einer. Ich hole den mal rein. Da hinten. Wer ist da? Killamari am Anfang. Kalamaris hätte ich jetzt auch gerne, ja. So ein paar Tittenfische oder so. Lecker. Wieso läufst du jetzt hier oben rum? Du sollst dir das Pal da hinten schnappen. Warum? Weil wir die alle fangen. Oder nicht? Du nimmst den. Ich hau dem ja eins über den Kopf. Ey. Aua. 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 Schau ab, ey. Okay, ich geh schon. Hier ist nämlich nichts mehr zu looten. Das war aber nichts Besonderes drin. Also war nur... Ja, jetzt geht's auch gesagt. Ne, da war nur ein bisschen... Du siehst ja auf der Aufnahme. Es war nur ein bisschen Gold. Ich glaube, zwei Sphären waren da drin. Und... Ich dachte auch immer, dass diese blauen Dinger da... Ich weiß nicht mehr. Dass die immer diese Zettel bringen da, diese Rezepte. Aber das machen die gar nicht. Das ist ein Kistengriff für die nur, ne? Angriff! So schnell jetzt wieder spawnen. Das ist ja heftig. Eigentlich müsstest du den ganzen Tag in so einen Dungeon reingehen. Aber so richtig Punkte, glaube ich, kriegst du auch nicht damit, ne? Wo ist denn meiner jetzt? Ist er weg? Ich verstehe es nicht mehr. Der ist hier bei mir. Ja, der Kleine macht ja nichts. Ich weiß nicht, was der macht. Oder meinst du jetzt den anderen? Doch, der hat gerade Bälle geworfen. So, jetzt bin ich völlig verwirrt. Jetzt weiß ich nämlich nicht mehr... Ich glaube, geradeaus geht's raus. Da ist noch einer. Pass auf. Oh, da ist ein Fugger. Ja, darauf hast du ja gerade geschossen. Nein, mach den weg! Aua! Ich hab den nochmal gehauen, wo du dich schon halb eingefangen hattest. Weil so einen hatte ich noch nie. Doch, ich hab schon zwei. Ich wollte gerade sagen, den hattest du doch. Ich hab gelogen, ich hab drei gehabt. Ja, das war mir klar. Und ich muss wieder leiden. Weil ich hier überhaupt nirgendwo... Du hast ja auch einen langen Leidensweg. Ja. Ich bin mit dir zusammen. Reicht das nicht? Boah. Nein. Um das mal richtig zu stellen. Ich meine, wir machen hier eh nur Blödsinn. Auch wenn ich sage, wenn er dies und das sagt, dann wird das wahrscheinlich so sein. Auch wenn er das nicht böse meint. Oha, das sieht ja geil aus. Das sind Affen auf dem Baum. Also Unterbaum. Anziehs. Meine Kleine da draußen. Die Affen unter dem. Ah, das ist ein Level. Ja, das ist ein Boss. Man, warum macht... Nee, der ein großer Tunnel weg. Der macht den doch kaputt. Ja, aber wir müssen ja anfangs erst mal Schaden machen. Wo ist denn der Große jetzt hin? Der Große ist da hinten noch. Nein! Oh, du hast du umgehauen. Da, da, da! Mach, 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 mach! Du hast doch gute. Scheiße. Ich dachte gerade echt, die wäre jetzt tot. Scheiße. Der war fast sauer. Ja! Alter, habe ich... Ich denke, Scheiße! Aber hier geht es doch weiter. Hier ist so eine Art Gewölbe. Oh, oh, da ist... Das sieht aber richtig geil aus. Guck mal. Was hast du denn zu tun? Wenn das eine Kiste ist, ist die für mich. Nein, es sind zwei Kisten. Wir können die gleichzeitig aufnehmen. Eine du und ich die andere. Und den Diamanten nehme ich. Drei, zwei, eins. Eins. Das war viel schneller als ich. Das ist das hier. Ach, das verlassen. Ach so, schade. Aber das sieht cool aus. Ich dachte, vielleicht kannst du da irgendwas sammeln oder so. Aber jetzt waren wir zwei in den Seiten-Ding nicht mehr drin. Ja, wolltest du rausgehen oder was? Da wolltest du rausgehen? Ich weiß nicht. Warte mal, wie... Ach, vielleicht war das auch der Boss. Das war wahrscheinlich der Boss. Ja, das war ein Level-11er-Boss. Sag mal, du kriegst nichts mit, wenn man dir was sagt, ne? Ich hab immer dafür Federhaarschmuck-Bauplan 1 bekommen. Und drei epische Teile. Nee, den alten Bogen hatte ich hier noch drin. Ich hab überhaupt nichts Neues bekommen hier drin. Der Federhaarschmuck, aber den siehst du leider nicht. Ich fände es cool, wenn man... ...für ne Flamme ist. Aber ich glaub, das ist nichts Großartiges. Aber es sieht schön aus. Ich hab so ein bisschen, ähm... Hier, äh, Indiana Jones-Flashbacks hier. Und das, wenn da... Indiana Jones, das ist ja... Ja, das sieht so ein bisschen tempelmäßig da drin aus. Oh, hallo, ich brauch deine Drüse. Es tut mir leid. Die darfst du auch gerne anschließen, wenn du möchtest. Welche Drüse? Ja, dann... Die Feuerdrü... Ja, die Feuerdrüsen brauch ich von denen. Die muss ich kaputt machen, sonst geht das ja nicht. Ja, dann kannst du fangen. Die sind nicht so... ...wichtig. Ich würd die Kleinen auch lieber fangen. Aber ich sag mal, wenn man schon die Feuerdrüsen braucht, ne... Oh, scheiße. Ich weiß... Ich weiß gar nicht mal, ob ich die Kremis überhaupt gefangen hab. Ja gut, du musst jetzt einmal 10 kriegen. Dann kriegst du ja den maximalen Bonus. Naja, doch. Doch, 3 hab ich davon mal gefangen. Ja, ja. Ja, aber ob ich die behaupte habe, oder ob wir jetzt beim... Ah, da oben ist noch so ein Feuer. Nein, das rennt jetzt bestimmt weg, oder? Kannst du den oben anschießen? Aua. Der kommt auch so schon. Es tut mir leid, aber ich brauche eure Drüsen. Du bist ne Mörderin. Ich will nix mehr mit dir zu tun haben. Geh weg. Na, warte, Schatz. Ich komm. Du bist ne Mörderin. Ne, ich brauch die, glaub ich, um den Sattel zu machen. Hä? Hier war doch sonst immer so ein... So ein... So ein... Na, mach den nicht kaputt. Mach den nicht kaputt. Der hat gepupst. Hast du das gesehen? Ja, nimm ihn. Ja, ich muss dem was runter machen erst mal. Hallo? Hallo, bleib hier. Bleib stehen. Ich will was gegen deine Kopfschmerzen tun. Hier sind doch noch von den Geweihtypen zwei. Boah, ist das ein blöder... Boah. Hallo, ich will doch nur was gegen deine Kopfschmerzen tun. Bleib mal stehen. Ich will mit dir spielen. Danke, dass du den mal einmal anschießt für mich. Mann. Ich bin hier gerade am Kämpfen, Mensch. Sollst du nicht kämpfen? Ne, wo bist du? Ich bin immer noch hier oben, weil ich den nicht gekriegt hab jetzt. Ich... Und ich kann mir den Bogen natürlich nicht reinmachen in dem Moment, wenn ich den... Ich hab keine... Es werden mehr. ...hinterherlaufe. Oh doch, ich hab... Wo... Ich... Ich... Wo bist du? Ich weiß nicht, wo du hingelaufen bist. Keine Ahnung, wo du bist. Alter, sobald der umdreht, kannst du den auch nicht hauen, ne? Boah, da hinten ist sie. Die ist ja komplett woanders hingelaufen. Ich verfolge dich und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ah, oder auch nicht. Ich geh zu denen hier. Hallo? Jetzt lauft ihr nicht auch noch weg von mir. Hallo? Ihr kämpft doch so gerne im Gegensatz zu den Pinguinen. Oh, wieso schlägt man hier daneben? Oh, Gott. Können wir... Können wir mal ein bisschen was gucken, dass wir nochmal neue Piles sammeln noch? Ja, da müssten wir aber noch ein bisschen fliegen. Ja, sicher. Aber ich will erst mal zurück zur Base. Ich bin jetzt gerade an der zweiten Basis und guck mal, ich nehm mal ein bisschen... Ja, ich hab ja gerade Wilderer. Ich versuche gerade so ein bisschen einzusammeln, aber... Wenn dann natürlich die Wilderers, die dann dazwischen fummeln... Hey, ist gar kein... Ich weiß nicht, ob ich das alles mitnehmen kann. Ich nehm das mal mit und dann sagt er mir... Oh, ich schlepp viel zu viel. Ach, du Scheiße. Ach, das sind wieder diese... Oh. Ich hasse es. Die Viecher hauen immer wieder ab. Na? Sehr gut. Aber da ist noch ein Tifan... Zwei Tifan... Tifan... Ich kann dir nur sagen, es ist doof, dass du die Kiste da hinten hingemacht hast, weil die tun die ganzen Ärzte in die weit entfernteste Kiste. Und nicht in die Kiste, die neben dem Spawn ist. Das heißt, man kann mit dem schweren Zeug nicht dahin gehen. Hä? Nein! Nein! Was jetzt? Du dämlicher Tifan! Was ist denn hier so? Der wollte mich nicht. Der wollte lieber sterben. Jetzt geh ich zurück zur Basis. Das hasse ich jetzt davon. Mann. Genau. Was waren das für Geräusche? Das hat mir gerade Angst gemacht. Nee, das... Das war es nicht. Ich hol das Ei raus. Das ist fertig. Ein Jumbo-Ei ist fertig. Kann man raus... Ja, das ist meins. Finger weg. Zu spät. Nee. Zu spät. Zu spät. Ich werde nie wieder mit dir spielen, wenn du das Ei anfasst. Ich habe nämlich extra ein zweites für dich auch noch hier drin. Ich habe es angefasst. Und es hat gesagt, nehme ich. Boah, ich sehe hier überhaupt nichts. Warum muss ich das im Dunkeln machen? Ich habe nur noch 37 Pfeil, das ist zu wenig des Guten. Ich habe es nicht. Oh. Hey, du hast die Pfeile alle weggenommen oder hast du die irgendwo hingetan? Äh, nee, die ich gesagt hatte, dass ich die gemacht habe, die hatte ich. Die hast du genommen? Äh, die hatte ich, glaube ich, eben genommen, ja. Aber ich habe jetzt gar keine mehr. Hier ist es kein Platz mehr. Ja. Dann schmeiß doch diese blöden drei Bären hier weg. Ich habe seltene Pelze bekommen. Ich sage dir aber nicht, was ich gemacht habe. Es war so eine spontane Entscheidung. Lass bitte was ganz Schönes da drin sein. Du kannst mich mal, Ei. Was ist jetzt? Den hatte ich schon. Du kriegst jetzt 100 pro mit dem gleichen Ei, kriegst du jetzt was raus. Das ist dein Ei jetzt hier. Kriegst du was raus, was ich noch nicht hatte. 100 pro. Ich hasse euch, Eier. Ich hasse euch alle. Wer hat denn hier 52 Nägeldinger mal drei reingemacht? Das ist doch viel zu viel. Was haben wir mit so vielen Nägeln? Du hast gesagt, du brauchst Nägel. Ja, aber dadurch haben wir jetzt kein Eis mehr bald. Doch, das hole ich uns ganz schnell wieder rein. Aber wir haben das Schlimme. Ach so, ich habe das ja gar nicht freigeschalten. Wir haben keine Steine mehr. Deine Steintroduktion ist hier ganz schlecht. Warte. Moment. Hol mal Steine. Ach nee, du bist Holzfäller. Oh. Ja, Entschuldigung. Ist okay. Ist okay. Mach ruhig weiter. Hast alles gut gemacht. Alles gut. Ich habe auch kein Palidio mehr. So, ganz langsam. So, wieso? Thema ganz langsam. Wieso kann ich hier eigentlich nicht die verbesserten Betten machen? Die habe ich doch freigeschaltet. Wenn sie die mehr aushalten. Ja, weil wir sollen zwei davon bauen. Aber ich sehe die nicht. Da sind die Strohbetten. Das heißt, die müssten irgendwo da drunter sein in der Reihe. Boah, das war wieder Verschwendung. Aber ich sehe die jetzt noch gar nicht hier. Weizenfeld? Hä? Boah. Ach, die kommen erst mit Level 24. Oh. Ach so, die tragbare Laterne habe ich hier schon freigeschaltet gehabt. Okay. Oh, die Empalentsafter. Ich weiß nicht mehr genau, wie das geht. Aber ich habe da zuletzt ein Video drüber gesehen, wie das funktioniert. Ich habe die Hälfte wieder vergessen, zugegebenermaßen. Das ist aber eine ziemlich coole Sache. Weil die mit Level 14 teilweise wesentlich mehr Schaden machen. Als ein anderer mit Level 20. Und mehr aushalten. Mhm. Och, Fudler. Ernsthaft? Jetzt kommst du da auch wieder nicht hoch. Ich hasse das. Ich würde ja am liebsten die Pilebox einfach mal ein bisschen woanders hinstellen. Oh, komm mal schnell, hier unten ist so ein Drachen. Äh, nee, so ein Dings. Hm? Ein Dinosossum. Dinosossum. Ah, ich habe einen Waffenbruch. Nein, ich kann damit gar nichts machen. Oh, warte. Warte, warte. Ich muss reparieren. Aber der war so fies. Der hat uns letztes Mal getötet. Das weißt du, ne? Mhm. Nein. Ich brauche Paliumbruchstücke. Willst du mich denn? Ja, ja, ja. Ich sammle gerade, weil ich auch welche brauche. Ach, nee, warte mal. Stimmt. Doch, doch. 15 Stück brauche ich. Ja, ich habe gerade hier welche gehackt. Wir holen ja kein Palium. Wir holen ja alles durch ein Drittzeug. Ja, weil man immer denkt, okay, das kann man ja alles. Hast du? Was habe ich? Ja, die Buchstücke. Ja, aber die brauche ich selber. Ich weiß noch nicht mehr, wofür. Irgendwas muss ich machen. Ja, mach das mal rein, bitte. Dann mache ich mal eben, dass sie das schon mal anfangen können. Und dann hole ich dir noch neue. Wo soll ich denn die reintun? Ja, einfach in irgendeine Kiste, die frei ist. Das sind ja ein paar frei. Das würde ich ja gerne machen. Also, ich habe 32 reingetan. Ja, weil du nicht so viele brauchst. Hast du reingetan? Weil ich kann die ja immer noch nicht. Ja, ja. Ach so, dann ist das nicht aktualisiert. Okay. Ähm. Ja, dann müsstest du doch theoretischerweise mit 15 rum auskommen, oder nicht? Ich habe ja mein Ding gemacht schon. Ach so. Aha. Aha. Wieso kriege ich keinen? Ja, aber weil... Ja, gut, den musst du dir machen. Ach, das ist... Ah, das ist zum Laufen! Hilfe, wie kriege ich den? Alter! Ich drücke nie wieder auf Flammenhohren bei dem. Warum? Ich kann den nicht bremsen. Ah! Ich wäre hier fast die Klippe runtergestürzt gerade. Uh, wo bin ich denn jetzt? Moment, ähm. Da hinten wollte ich eigentlich hin. Oh Gott! Mein Herz! Also, ich glaube, es ist besser, wenn du neben mir läufst im Moment. Ja, ja. Eh, also das ist jetzt nicht so... Ich dachte an mehr. In dieser Anfangshöhle, da können wir doch auch rein. Kannst du... Was? Wie, du hast Lambal besiegt? Wieso hast du den angegriffen? Hallo? Schätzchen? Hallo? Asox? Wieso rennt der jetzt weg? Was für ein Gesox? Asox? Was soll das? Was soll das? Wieso hast du die angegriffen? Das war doch Liebe, Pals! Die darfst du doch nicht angreifen! Nur weil du viel stärker bist als die, darfst du die doch nicht einfach so angreifen! Jetzt muss ich dich das letzte Mal drin lassen. Das nächste Mal. Ja, wieso hat er jetzt hier die Wolle genommen und die Wolle hinten hat er nicht genommen? Verlängertes Fleisch liegen gelassen. Das ist natürlich doof. Weil ich irgendwie voll bin. Na gut, ich habe auch noch Fell mit dabei. Oh! Ich sage dir lieber nicht, was ich hier zu viel habe. Also nicht zu viel, zu viel kann man es nie haben. Aber wovon ich so viel dabei habe. Keine Ahnung, wo ich es hier habe. Vielleicht haben wir das auch vom Boss oder so bekommen. Was? Von den Teilen? Ich habe auch ein paar gehabt. Wir überfallen jetzt die Base. Wir kommen. Wir kommen nur den Berg nicht hoch. Wir überfallen die Base, aber wir kommen gerade den Berg nicht hoch. So. Geh mal weiter in die Arbeit, Schätzchen. Da musst du mal so ein Feuerpups machen, damit er einen Pupsantrieb kriegt. Was? Ein Pupsantrieb. Was machst du denn hier schon wieder? Den klaue ich dir gleich. So wie bei DVD. Ich stelle mich so neben die Kiste, weißt du? Und dann... Mach mal. So, ich weiß gar nicht, was du hast. Also, ich mache jetzt blaue. Oder hast du denn blaue? Hast du welche? Oder soll ich welche machen? Ich habe noch 95. Wieso hast du so viele? Ich habe da gar keine... Ja, weil ich immer hier das Gehege kontrolliere. Ja, das habe ich auch gemacht. Aber du, ach du, Klaus, du lässt immer da weg. Nein! Die Pals machen nur nicht mehr so viel. Die sind nicht mehr so produktiv wie vorher. Das geht ja gar nicht. Ja, das finde ich auch. 18 Minuten noch für dein Ei. Okay, dann würde ich eigentlich fast sagen, da wir jetzt hier im Moment gerade nicht so viel machen können, dass wir hier mal schauen, dass wir jetzt offline noch ein bisschen was machen, so Nägel herstellen und so diesen üblichen Kram. Und wenn hier gleich wieder was passieren sollte oder wir uns aufmachen, noch was zu erkunden oder vom nächsten Boss klatschen zu lassen oder ähnliches, dann seht ihr das Ganze in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.